Ich finde das Glockmeth ist Oh ne Digger, da habe ich jetzt gar kein Bock drauf, bin ich ehrlich Digger In the club, in the club, this is gonna be like this when you, when you go right and then I wanna help Ich bin noch missflashed, ich bin noch missflashed Okay Moin Meister Ich komm da- Ah, moin Meister AAAAAAHHHHHHHHH Wuh Okay, ist die Sieg? Situation komplett unter Kaprolle 2�M 225 Hehehehe Ihr Fatzen Söder ... Ja, Drega Aber powerstlich In diesemmal war's wirklich auf 3 Däga Oh mein Gott, du bist so tot Oh mein Gott, bist so tot Ah, Schade Oh ne Oh ne, oh ne! Ah, Mist! Sterbendor mit den Omen. Damit scheint langsam da zu sein. Von 1, 7 auf 7, 8? Kann man machen, oder? Oh mein Gott, ich hab den so up late. Haha, sidestepst. Hast du mich sidestepten sehen? Ich hab alles gesidestepst. Aber ich war zu geizig. Ich war einfach zu geizig. Kennst du das? Ja, nimm mal. Wenn du einfach zu geizig bist. Der nächste? Möchte doch jemand kommen? Hab nur leider den anderen Weg. Oh, wieso flashen denn immer alle? Oh, du bist lustig, Alter. Ich bin schon tot. Ich hab Y noch mitnehmen können, als sie mich angejumpft ist. Aber der Bartor. Nice. Nice, nice, nice. Und jetzt push. Ich hab gerade das Zeug. Die Aktion Geräte gibt eine Zugabe geschenkt. Du bist du auch mal zu kaufen. Du bist du auch mal zu kaufen. Du bist du auch mal zu kaufen. Du bist du einfach zuerst auf das Zeug. Geizig. Haha. Hallo, how are you? I am under the water. Please help me. You are too much raining. Ich kann hier rüberspringen, warte mal. Kannst du auch rüberspringen? Ja, ne? Ich komm nicht rüber. Ah, Baba. Ich auch nicht. Ach du Scheiße, Digga. Oh, Xerath? Ja, kein einziger Gesch... Ne, oder? Das hast du... Ne, ne. Pass auf, die Lux holt auch, ne? Lübt mich einfach nicht, perfekt. Gut, ich ziehe einfach das Richtigste. Oh mein Gott. Äh, flash mich. Ich laufe mal kurz weg. Okay, dann falle ich einmal. Easy, ja. Ja, geht ihr da rein, oder nicht? Ich hab das von Drake gefixt, mein Problem. Ich bin hier der Top-Singer. Komm. Ja, ich hab' natürlich raus. Nass sie trotzdem weg. Ja. Ach Mann. Der ist innen drin drin drin. Ach Mann. Ich hab' den Drake geschirrt. Baba. da wer meint Glaubst du, wenn ich jetzt tp, versuchst du mich wieder zu catchen? Ja. Doch, nicht der dann, doch. Ha. Zugefmitte. Der ist so mad. Du glaubst nicht, wie mad der ist, Digga. Ich hab den so mad gemacht. Ich hab den so sauber gemacht. Oh, das glaubst du nicht, Digga. Oh, das glaubst du nicht, Digga. Geh. 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 das kann ich noch nicht verhalten da kann ich noch was ich will mhm daran habe ich mich jetzt nicht gedacht länger mages kaufen wäre eine option gewesen Das ist so gut gespielt, oh mein Gott. Aha! Hebeek! Boah, du dicker! Neee. Ich hab ja den großen Hund. Meine Oma nimmt mich aber lieber bei diesem Hund. Ohhhhh. An enemy is godlike. Ohhhhh. 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 Die ist so tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So debated. Holy shit. Krank, Digga. Digga, die war gut getimed, Digga. Danke, Digga. Ohhhhh. Ohhhh. Das passiert gerade nicht, oder? Das ist jetzt nicht passiert, Digga. Das CP, der auch noch, Digger. Oh mein Gott, das war absolut krank gespielt! Okay. Hast du es gesehen? Jo. Ist das nicht schön, das ist nicht wahr? Mama! Scheiße, das hat nicht ganz funktioniert mehr. Trotzdem, wie lange ich überlebt habe, das war schon krank. Würde ich mal sagen, habe ich gebaitet. Was soll ich? Egal, ich habe nichts zu verlieren, die machen bestimmt. Oh, 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 oh. Oh! Möchtest du dich vielleicht von den Gegner fernhalten? Weiß ich doch nicht. ja nö Dinger, halb ich aufs Gegend tatsächlich ah, schade wo ist denn die Problematik Dinger ich seh die Problematik gar nicht ist die Problematik schon Dinger ne, halt's mal ja, schade ja, ne, ich hätt einfach die Gamecam weiter fighten sollen ne, aber komm, das war not bad, Dinger wie du fast sofort rot, Dinger wie spät, er ist wieder her auf Flash, Dinger fliegt was rein? an der schade hab's weggegangen, Dinger we Japanese Der fliegt den ganzer Wunder auf Ah! Hallo! Hallo! Gott, what the fuck, Alter Junge Komm mal ein bisschen zu dir, Digga Ich glaube du hast gleich kleine Probleme Boin, Jungs Die Super Barrels, Digga Kurzer Wave Clear Könnt ihr finishen, bitte? Finish Oh no Sehr gut Okay Brauch da gar nicht mehr hinkommen? Ne, habt ihr ja nicht Fuck, ich weiß nicht was ich machen soll Bin überfordert Ich bin überhaupt nicht im Fight drin Es fighten gerade alle ohne mich, ich hab keinen Fall was ich tun soll gerade Ich war einfach reingegangen, Digga Ich hab einfach alle gelockab Ich bin echt Okay, hab ich auch fast beigetragen, Digga Sehr schön Ich weiß ja die ganze Zeit, was da bestimmt nicht machen würde Weil es bestimmt der Sinn von Maukei ist Komm da hin, dann Da ist Pult ist ein Problem Es ist ein Sinch Spotlane Die Jugendjagd, denke Die Jugendjagd Die Jugendjagd Sie